Geier halt mehrere Viecher greifen also oder halt größere als der kleine Vogel Ja, und der hier kann Mammut tragen Ja LOL, echt? Und eine Clown, ja Und obendrauf zieht T-Rex Und der brüllt Oh, da stirbt, da fällt grad, da ist eine Leiche runtergefallen Nee, das sind Schlangen, die regnen vom Himmel Äh Apokalypse Okay Wie kommen die Schlangen in Zehmen, weiß man das jetzt schon? Gar nicht Gar nicht Was bringen die dann? Eier Ey, guck mal, da unten ist ein Gate Ach, das ist das, was du gemeint hast mal? Jep Okay Warum gehst du noch runter? Hm Man sieht ja sonst nix Was? Boah, das Viech ist geil Na, jetzt kannst du noch ein wenig links gehen Hier, so ist gut Was siehst du da? Da kommt jetzt auch in der Base Unsere? Nee Nö Okay Ey, bist du jetzt abgestiegen, Matze? Nee, das sieht so aus, als ob du abgestiegen bist Okay, dann hat's geleckt Ja Wenn's bei dir dasselbe war Aber das ist überhaupt grad schlecht Es schaut vorher aber echt gut aus, die Base Ja Nicht schlecht Ähm Ja, heute hatten wir schon zwei Server Abstürze Okay Also es ist ein bisschen schlechter geworden Wohin? Geradeaus Was machen wir eigentlich? Das siehst du dann Ausflug durch unsere Ablandschaft Was hat der, was hat der für, äh, für Volumen, für Tragevolumen? Ja Noch nicht wirklich viel 1100 oder so Ah, okay Weiter? Ja Richtung dem weisen Airdrop Ah, okay Ich seh halt leider hier nicht viel auf dem Viech Dann musst du in die Innenansicht, also nach... Da vorne ist so ein großer Felsen, ne? Ja Da landest du oben drauf Ich hab mir das auch noch nicht angeschaut Okay Ja JT, nice Ich wollte einen für uns zähmen Aber er ist extra ausgeboren Das ist schon mies bei 80% dass er dann... ...gekillt wird Ein 112er oder 16er war der Fall Ich hoffe, du hast dir das so vorgestellt, Matze Ich hab mir das vorhin schon angeguckt, ja, das gefällt mir sehr gut Achso, hast du schon angeschaut, okay Achso, hast du schon angeschaut, okay Bei... Bei Fallschirmen Jungs, klärt's mir mal auf, was ist das da? Bei unserer neue Base Wie? Wie? Jetzt... Jetzt hin um Überraschung Na, was ist das wirklich? Ja Ja Mal kaschert Das, was gesagt worden ist Jetzt die Zungen Ich hoffe, du gehst mit Ja Warum wollt's umziehen? Weil der Platz so ziemlich schön ist Das ist ja nur... du hast ja nicht alles gesehen Nein, füllen doch mal rum Wir haben ja schon Mauern errichtet, ne? Mhm Der Weg ist auf der anderen Seite, weil du bist hier ziemlich unangreifbar, außer über Luft Und hier unten im Wald, kann jeder sein Häuschen bauen Hier steht nämlich das von Indirio, das stört uns grad noch ein bissl Da unten Beobacht, ich lass dich runter Da oben hoch Achso, der ist gerade in Indirio Mhm, hier und das Haus da hinten auch Ah Aber die... die Location ist halt einfach ziemlich geil Mhm Hier unten kann dann jeder Häuschen hinbauen Hier oben machen wir die Werkstatt und das Lager rein Ganz oben auf dem Berg Geschütze Wie schaut's mit Farmen aus? Du hast hier auf der Insel jede Menge Bäume und Steine Bei Eisen hab ich jetzt noch nicht geguckt Aber ich glaub mal Matze, du hast schon mal was gesehen gehabt, oder? Ja, der Vulkan ist aber auch nicht weit weg von hier Richtig, stimmt Der Vulkan ist eigentlich genauso weit weg Wie kommst du am besten hoch wieder? Da gibt's nen Weg, der wird dann noch ausgebaut Oder ausgeleuchtet Moment kommst du hier wieder hoch Aua Da kommen dann noch Treppen her Mhm, die Wendeltreppen find ich extremst geil Ja, ich hab hier eine verbaut Ja, ja, deswegen, ja Mhm Eine halbe Wende ist natürlich auch ziemlich cool Ähm, Matze? Hier hinten hab ich gedacht, äh Äh, ein Raum für'n Generator Ja, hab ich mir schon fast gedacht Super Aber Hat sich so passend ergeben Unter der Landeplattform wollte ich dann noch, äh, Pillars hinsetzen Aber die kann ich noch nicht Hinsetzen, weil wegen Ach so nah Ah ja Für was braucht's den Jumbo? Ist der zum Farmen, oder? Was? Der Jumbo zum Farmen Der ist zum Transportieren Zum Transportieren und wir können alle unsere Dinos ohne Probleme hier rüberbringen Wie lange zehnt man so fiech? Sank Wie viele Stunden waren das? Drei? Vier? Ja, drei oder vier Ich glaub vier Dann bring mich mal auch oben auf den Berg Warte, ich hole mal kurz das Weiße, da unten Welche Koordinaten hatten unsere Base nochmal, die neue Kann mich mal, warte mal, ich zeig dir mal die Koordinaten Das will ich jetzt nicht sagen, weil das wird aufgenommen Das ist ja, ja, ne, das können wir jetzt nicht machen Bestimmt Das wär praktisch, wollen wir das nicht, Werder, geh mir Matze, oder Sven, komm mal her bitte Nimm mich mal auf Ich such grad meinen Vogel Wo seid's hier? Ich muss oben die Spitzen draufsetzen und komm von unten da ganz hin Ich such meinen Vogel, ich find ihn gerade Ah, sorry, den hab Mich kurz ausgepackt Achso, ne, komm, komm Ich wollt nur dieses, dieses weiße Ding da holen Links rum Blöde Fuß von dem Vogel, das ist im Weg, ich seh nix Gehen wir ein bissel höher noch Oh, ja, 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 das kommt gut Sehr schön Auf die andere Seite Die haben nichts fallen lassen an der Mauer Naja, wir haben gedacht, wenn wirklich Krieg ist, können sie hier irgendwo von einer Seite kommen Die können wir leicht sichern Das ist richtig, ja Ich werd trotzdem erstmal von der anderen Seite Warte, ich stell mich wieder vorne hin Ähm, wir sind da jetzt am besten der Transport drüber Welcher einer ist denn das? Der rechte, oder? Der rechte, ja Okay Du hast mich nicht mehr Wie komm ich da am besten rüber, hä? Jetzt Mit der Fliegen Mit dem Vogel? Mensch Sven, was machst denn du? Ja, weil er mit den Großen Ich weiß es nicht Dann nimm meinen, dann bring ich irgendwo mit Jetzt? Ja Bitte nicht mehr fallen lassen, weil sonst bin ich wahrscheinlich auch noch tot Den Großen Ich sag nimm meinen, dann nimm ich den Großen Dann nimmst du den Großen, okay Gut Werner, wieso hab ich so viel Durst? Kann ich dich jetzt fallen lassen? Nein, bitte nicht Ich bin nur am Verdursten Komm, wirf ihn zu mir Ich fang ihn auf Nein Trau dem nicht Trau dem nicht Wo bist du denn? Dann fall ich lieber Sag das nicht zweimal Oh nein Guck, der Egle Find das doch noch wieder Ich hab einen komischen Einblick zwischen deinen Beinen jetzt Oh Mann ey Geh weg In letzter Zeit halten wir aber, so schlecht kann das sein Ja Warum? Keine Ahnung, ich hab vorhin schon eine Tränke hergestellt Da kannst du essen, was du willst, ne? Lass mich in Ruhe, du Finger weg, du Schuft Wo finden wir die Großen Vögel? Ich hab ein ganz komisches Geräusch auf dem Ohr Ich hör gerade gar nix Ich hör gerade gar nix Bei Gelegenheit kann mal jemand da einen Compound-Bogen herstellen nur mal Pfeil Alko, du hast ein Pfeil Ja Zwischen deinen Beinen Ja Chris, wenn du nach oben willst, ich glaub das könnte auch hier mit dieser Plattform gehen Wenn Tschüss Im Moment geht's ja noch Hast du jetzt über ein Meer abgeworfen oder was? Ja logisch Ah verdammt, ich komm ein Landschotter Ach, von der Plattform Ja klar Die Position gehen wir wirklich nicht weiter Weil Das ist wirklich, wenn du das gut sicher hast, sicher nicht blöd Ja Und vor den Felsen auf der abgewandten Seite haben wir gedacht, machen wir wieder ein schönes großes Gehegel für die ganzen großen Dinos Dass hier oben nur ein Leinwerk kommt Weiß ich nicht Okay Da musst du aber im Video den Weg schwatzen, ne? Man hat ja eh nix eigentlich gesehen dadurch, dass ich in der ganzen Zeit Dein Vogel ist Mein Vogel ist Unten Unten? Ja unten Neben der Hütte von Nendirio Okay, danke Ja muss man halt mal reden wie Nendirio aber Ja wie gesagt, ich hab mit dem Steamer mal äh Hab ich mich verzählt? 1, 2, 3, 4, 5 Tatsache ich hab mich verzählt Ja Wo bist du denn? Oben in der Base Ach Mensch Sven Du bist ja jetzt runtergekommen Oh nein Ich kann, kann Ich wollte ihn gerade zu dir oben bringen Ja ist ja okay Danke, danke Steht mir noch Bisschen Holz Also ich muss ehrlich sagen richtig geil Andi kannst du mal dein Vogel da weg packen? Ja Oder hat irgendwer noch ein bisschen Holz einstecken? Ähm brauchen wir eigentlich noch äh Ja habe ich 44 Hier und 44 Warte reicht mir das? Ich kriege die Ja wo bist du? Wo oben auf dem Knacken 25 auf 60 sind Ja das reicht mir die Die Holz nehme ich Wo bist du? Ja so, du bist Bist du hier dabei? Ah du fliegst hier vorne rum Warte ich komm runter Vorher der Weg ist Wahnsinn Dinnen hast du noch zwei Seelings Dinnen hast du noch zwei Seelings Ah sind Ne ich brauche äh Slopped Roof brauche ich Andi? Ja Das ist gut Danke Das Fleisch liegt unten Oben Okay Rechts vom Haus So jetzt hoffe ich dass das was ich gebaut habe für oben das richtige ist ne Das schaut äh gut aus wenn ich da hin bin Danke Kommen wir aber nicht hin Bitte Kann ich mal irgendwie auf dem Dach absitzen? Jupp Schau bei Alko funktioniert das aufs erste Mal Sven Nimm dir mal bitte ein Beispiel Der hat auch einen größeren Vogel Nein nicht in Runde auch Aha Toll Da soll ich mal so ein Beispiel dran nehmen Ja aber der hat mich nicht gleich wieder fallen lassen Der hat mich zu früh fallen lassen Ne das war wieder nix Oh man Ach na sowas Du rutschst immer ab Puh Schau mal das bisschen weiter oben vielleicht Jetzt Du kannst auch mit dem Vogel auf der Schriegel landen Ne der wollte nämlich nicht Das war ja mein Problem Ein Ei Sample das Ei Hab ich Ich hab ein Ei get Drafted Da hinten fehlt der eine gell Was fehlt? Eine Dachschräge Hinten Oh Für was sind die Kristalle eigentlich gut Ach da war ich bin nur noch hingekommen Zielfernrohre Kompass Zielfernrohre Kompass Fernrohre Licht Für die Lampen Für die Lampen Ne Bisschen nicht antitschen Jetzt Da war es Also Traggewicht liegt jetzt bei 1260 Das große Vogel Boah Boah Das ist der Dachmord Das ist der Dachmord Weil alles unten dran ist normal Was im Spiel schon drin ist Okay Und die wo ich jetzt oben dran setz die Sind halt so Oh lol da ist ein Krokodil wie geil Hab ich jetzt da irgendwo nochmal was hingesetzt? Ja War nicht unser Obelisk immer lila überhaupt? Bries Ja Das hat sich geändert der war blau Oh fuck da sind Schlangen Was ist das Das fisch mitgenommen Boah Du kannst den Airdrop machen mit 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 Schlangen Oh man ich brauche mehr Holz Na ja müssen wir mal los Ja wie viel brauchst du denn? Ja ne das farm ich hier eben schnell Ja, das meine ich doch Ich bin grad voll dabei, dass ich den Viech Den Vögelchen-Level Ja, gerne Wirklich, ich hab da schon drei Viecher Okay, okay, das war scheiße Kommt mir von Sven so bekannt vor, glaub ich Alter, mach doch nicht so einen Wind hier Habt ihr vielleicht noch eine Axt in der Reserve? Dieses Nachladen nervte Du tust aber nicht mit Darts auf der Schlange schießen, oder? Nein, 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 ich weiß, dass das nichts bringt Ich hab's nur zerhackt Ich hab's nur zerhackt